Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Ein frohes und erfolgreiches neues Jahr 2022. Mein Podcastjahr startet mit einem Neujahrs-Special, denn mit mir im virtuellen Studio ist heute mein Neffe Luis. Luis, hallöchen, grüß dich und stell dich doch, stell dich gern mal vor. Also, ich bin Luis Geiger, ich wohne in Bayern, Nördlingen und ich bin zehn Jahre alt und gehe in die fünfte Klasse. So, und bevor jetzt irgendjemand meckert, die Eltern wissen a Bescheid, dass wir einen Podcast aufnehmen und b, dass wir den Podcast auch veröffentlichen. Stimmt's? Ja. Gut. So, heute zum Neujahrs-Special drehen wir den Spieß einmal rum, denn mein Neffe liegt mir schon seit über einem halben Jahr in den Ohren mit. Er möchte mit mir mal gern eine Podcast-Folge aufnehmen, weil er interessiert sich nämlich auch für Podcasts durch mich. Danke dafür. Und er hat Fragen mitgebracht. Also, wie schon gesagt, wir drehen den Spieß rum. Heute ist Luis der Podcast-Host und ich bin der Gast, der die Fragen beantwortet. Luis, dann starten wir einfach mal, oder? Ja. So, was ist denn die erste Frage? Was braucht man alles zum Podcast? Boah, was braucht man alles zum Podcast? Also, du brauchst erstmal Lust und Laune. Du brauchst ein Thema. Du brauchst ein Mikrofon. Du brauchst einen Computer. Und du brauchst einen Podcast-Host. Also, quasi, das kannst du machen mit einem Podcast-Host. Das kannst du aber auch machen ohne einen Podcast-Host. Der Host ist dafür da, dass quasi die Folgen, die du aufnimmst, die du dann hochlädst, dass die auch verteilt werden. Und zwar zu diesen ganzen Podcast-Abspielstationen. Also, Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes und so weiter und so weiter. Da ist ein Host ganz gut, wenn du so einen Podcast-Hoster noch hast. Da gibt es zum Beispiel, ich mache das mit podcaster.de. Da gibt es aber auch noch Podigy, Podbean und wie sie alle heißen. Ich persönlich finde aber podcaster.de echt gut. Kann dir auch nur empfehlen. Und, also, ja, du kannst es auch ohne einen Podcast-Hoster machen. Da musst du es halt selber hosten. Da musst du aber wirklich dabei bleiben, dass du das bei jeder einzelnen Plattform einzeln hochlädst. Das ist ein bisschen mühsam. Also, da dann eigentlich eher ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dann hat man da auch noch Speicherplatz. Speicherplatz, man kriegt noch einen Blog dazu. Also, in meinem Fall zum Beispiel kriegt man noch einen Blog dazu, wo du so eine Landingpage, sag ich schon, wo du eine Homepage bauen kannst, wo du da was noch hochladen kannst, wo du ein bisschen so schmückendes Beiwerk noch, ja, mit hinzugeben kannst. Also, Textartikel zum Podcast, dich vorstellen und so weiter. Das braucht man. Was braucht man noch? Ja, wenn du einen Interview-Podcast machst, dann brauchst du Gäste. Ansonsten musst du halt einfach am Ball bleiben. Also, es gibt viele, die noch sagen, ja, man muss da richtiges Equipment haben. Also, als Hobby-Podcaster, so was ich mache, brauchst du gar nicht das richtige Equipment. Also, was heißt nicht das richtige Equipment? Du brauchst ein Mikrofon, du brauchst Lust, Laune, du brauchst ein Programm. Also, beispielsweise Udacity, damit schneide ich meine Folgen, damit nehme ich die Folgen auf. Oder wir beide, wir reden jetzt über Zencaster, da nehme ich jetzt die Folge auf, weil ich ja mit dir zusammenspreche. Das Ganze wird dann quasi in mein Google Drive hochgeladen. Das ist auch nicht schlecht, wenn man das dann auch noch hat, muss aber nicht. Und dann lade ich die Folgen runter, schneide in Udacity und lade die hoch. Das ist eigentlich alles, was du brauchst. Das ist gar nicht mal so viel. Reicht das als Antwort? Ja. Perfekt. Kann ich eigentlich auch Freunde mit in den Podcast da reintun, die jetzt dort normalerweise nicht dabei sind? Du meinst so als Interviewpartner, so als Gäste? Oder, dass wir mal zusammen was erklären? Ja gut, das machen wir ja gerade. Also, ich sag mal, das ist das Gleiche. Wir reden ja jetzt auch zusammen über Zencaster. Du sitzt ja gerade in Nördling, ich sitze in Sulzbach. Wir reden jetzt hier über die Zencaster-Plattform. Das Ganze wird ja im Hintergrund aufgenommen. Und da können ja noch mehr Leute rein. Also, ich kann mit meinem Zencaster-Account, den ich habe, bis zu zehn Leute in den Podcast, in die Folge mit einladen, dass wir miteinander reden können. Das kannst du jetzt mit zwei, drei, vier deiner Freunde machen. Wichtig ist halt nur, die brauchen ein Mikrofon. Das Ganze geht ja auch über ein Headset. Da ist aber die Qualität nicht so gut. Also, besser ist, sie haben ein eigenes Mikrofon und Kopfhörer, ein Laptop, der ein bisschen Stärke hat, der quasi auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Leistung hat, ein bisschen Power hat. Weil ansonsten ist das schwierig. Und was ich nur vergessen habe zu erwähnen, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ganz wichtig ist, man braucht einen Internetanschluss. Denn ohne Internet geht es nicht. Ja, schon klar. Und jetzt mal zur nächsten Frage. Was kostet das Podcast denn im Monat so? Kommt drauf an. Machst du das mit einem Podcast-Hoster, so wie ich zum Beispiel, bei podcaster.de? Da kostet das Ganze in meinem Account fünf Euro im Monat. Da gibt es aber auch noch zehn Euro. Da will ich es dann auch platen. Perfekt. Also, bei podcaster.de, in meinem Fall, kostet es fünf Euro im Monat. Gibt aber auch für zehn Euro, für 15 Euro. Es geht auch wesentlich teurer. Ich glaube, Podigy kostet zwölf Euro im Monat. Das ist, finde ich persönlich, dann ziemlich teuer. Es kommt drauf an, was du machen willst. Also, je nach, ja, je nach Paket, was du kaufst, bekommst du ja zusätzlich Sachen und zusätzlich Speicherplatz. So. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie viel Speicherplatz brauchst du, wie viele Folgen willst du hochladen. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde mit jemandem rede, hast du so um die 50, 60 Megabyte. In meinem Fall habe ich 250 Megabyte pro Monat. Die erneuern sich jeden Monat. Das reicht mir für meine Folgen. Es gibt aber auch welche, die labern da eine Stunde. Und dann hast du entsprechend 100 oder 150 Megabyte, auch je nachdem, wie du das Ganze speicherst, die Audiodatei. Da kann das halt schon zu wenig werden. Und dann musst du in die nächste Stufe. Dann bist du bei zehn Euro im Monat. Aber ich würde in deinem Fall, wenn du einen eigenen Podcast machen willst, dann einfach mit fünf Euro anfangen. Okay. Könnt ihr das dann auch meinem Papa schneiden? Klar. Also er lädt sich das Programm Udacity runter, das kostet ja nichts. Und dann kann er die Folgen dann schneiden für dich. Klar. Oder ihr macht es zusammen. Mein Papa hat zu Weihnachten ganz viele, die haben alle Videokassetten und er hat ja ganz viel geschnitten. Also ich glaube, dass es mein Papa schon kann. Ja, also. Dann passt es doch. Dann soll er es dir doch zeigen. Dann kannst du es demnächst selber. Ja, okay. Dann zur nächsten Frage. Wie oft muss man im Monat einen Podcast machen? Das kommt darauf an, was du machen möchtest. Es gibt Podcaster, die einmal im Monat eine Folge hochladen. Es gibt welche, die einmal im Quartal, also alle drei Monate eine Folge hochladen. Ich lade jede Woche eine hoch. Es gab auch mal für Einzelfälle, wo ich das einfach nicht geschafft habe und dann habe ich das halt alle zwei Wochen gemacht. Aber in der Regel jede Woche. Das ist so je nach Thema, würde ich sagen. Es gibt auch welche, die machen das unregelmäßig. Die machen das mal heute, dann machen die das in sechs Wochen, dann machen sie das in acht Wochen. Wichtig ist aber, du brauchst so eine Kontinuität. Also du musst das regelmäßig machen. Das heißt Kontinuität? Die Regelmäßigkeit. Ach so, okay. Also du musst das kontinuierlich machen. Das heißt, mach das nicht so unregelmäßig, wie das manche machen. Heute in sechs Wochen und dann mal wieder in acht Wochen, dann in zwölf, dann lade ich mal zwei Folgen in der Woche hoch und so weiter. Weil du machst ja einen Podcast nicht nur für dich, sondern auch für deine Hörer. Ja. Und die Hörer verlangen oder die Hörer möchten dann regelmäßig bespielt werden. Das heißt, irgendwann gewöhnen die sich dran. Bei mir ist das so, sie gewöhnen sich dran oder sie haben sich dran gewöhnt, dass ich jede Woche Samstag eine Folge hochlade. Und dann wollen die auch jede Woche Samstag eine Folge haben. Wenn ich dann mal nichts mache, dann wird da schon gefragt. Dann erkläre ich mich und dann ist das okay. Man kann auch in einer Podcast-Folge sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Oder viele sagen auch so, die Staffel ist beendet. Wir hören uns dann in sechs Wochen. Ich mache jetzt mal Urlaub. Das geht, das kann man machen. Das ist vollkommen okay. Vollkommen in Ordnung. Aber man muss es halt sagen. Weil ansonsten verlierst du deine Hörer, weil die dann denken, der lädt sowieso nichts hoch oder das ist mir zu unregelmäßig. Also da würde ich sagen, fang doch einfach mal mit. Du hast ja auch noch Schule. Du musst ja auch noch für Klausuren lernen. Fang doch einfach mal an. Alle zwei Wochen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin und dann, wenn ich da dann sage, ich bin jetzt dann mal im Urlaub und kann jetzt so und so viele Tage oder so und so viele Wochen nicht was hochladen. Das musst du ja nicht. Du kannst Folgen vorproduzieren. Also du kannst, sagen wir mal, acht Folgen am Stück aufnehmen. Die schneidest du am Ende zurecht. Acht Folgen. Und dann lädst du die schon vorher hoch. Ich kann das auch machen. Ich lade die vorher schon auf podcaster.de hoch und kann sagen, okay, das ist jetzt erstmal im Entwurfsstadium. Ich kann das Ganze dann planen und kann sagen, okay, Folge A geht in drei Tagen online, Folge B in 10, Folge C in 17 und so weiter und so weiter. Und dann kann man ganz einfach in den Urlaub, weil das lädt sich ja von selber hoch. Ja, okay, nächste Frage. Wie lange muss eine Folge mindestens sein? Nur mal so jetzt nachgeführt werden. Gute Frage. Gute Frage. Es gibt viele verschiedene, und jetzt wird es ein bisschen zahlen, lass die Kneffe, Studien. So. Diese Studien, da haben irgendwelche sich hingesetzt und haben das Ganze untersucht. Was muss denn eine klassische Folge für eine Dauer haben? So. Es gibt viele verschiedene Podcast-Formate. Es gibt Solo-Podcasts, also das macht man alleine. Es gibt Interview-Podcasts, das ist das, was wir gerade machen. Es gibt sogenannte Laber-Podcasts, da setzen sich zwei, drei, vier Leute hin, meistens Freunde und labern sich da irgendwie ein Ast über irgendwelche Themen. Und es gibt die Studie, die besagt, eine Podcast-Folge muss oder sollte so lang sein, wie eine durchschnittliche Fahrt von zu Hause bis auf die Arbeit. Und das ist durchschnittlich um die 30 Minuten. Okay. Aber es darf auch mal... Es darf auch mal länger sein. Es darf auch mal kurz sein. 22 Minuten. Ja, na klar. Na, 33 Minuten. Guck dir meine Podcast-Folgen von einem Jahr an. Da waren meine Folgen sieben, acht Minuten maximal. Wenn du das alleine machst, dann ist das auch schwierig, eine halbe Stunde zu füllen, weil irgendwann schalten die Leute ja ab, weil die hören dann eine halbe Stunde nur dir zu. Und das ist langweilig. Deswegen halte, wenn du einen Monolog führst, also wenn du alleine redest, das Ganze ein bisschen kürzer. Ich habe so acht bis zehn Minuten für mich entdeckt. Wenn wir ein Interview machen, so wie wir beide jetzt oder wie ich das mit anderen Gästen gemacht habe, ist so eine halbe Stunde oder 45 Minuten perfekt. Ja, okay. Dann zur nächsten Frage. Muss ich immer das gleiche Thema haben oder kann ich auch mal ein anderes Thema machen? Was für ein Thema willst du denn machen? Weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht kann ich ja mal Fußball oder dann irgendwas über Technik oder so weiter. Also was man machen kann, es gibt ja dann auch verschiedene Sachen. Mein Podcast heißt ja Kevin allein im Marketing. Also ich mache alles mit Marketingbezug, also mit Werbung. Ja. Dazu zählt ja auch Podcast, ist auch eine Form, weil du kannst da Werbeeinspielungen machen. Dazu zählt Fernsehwerbung. Dazu zählen ganz verschiedene Dinge. Bei dir oder wenn du sagst, kannst du auch andere Themen machen. Wenn du sagst, Louis Fußballwelt zum Beispiel, dann konzentrierst du dich ja nur auf Fußball. Wenn du dann auf einmal über Basketball, über Technik redest, dann ist die Erwartungshaltung vom Hörer eine ganz andere, weil er erwartet ja, dass du über Fußball redest. Wenn du aber über Basketball sprichst oder über Technik, dann springt er ja ab. Ja. Also kannst du einfach sagen, Louis Sicht der Dinge. So heißt dein Podcast und dann machst du einmal Technik, einmal Fußball, einmal Basketball, einmal die nervigen Geschwister, einmal die doofe Mama und so weiter und so weiter. Und so kannst du es allgemeiner halten. Aber man kann einfach sagen, Louis die verrückte Welt oder Louis erklärt. Louis erklärt die Welt und dann erklärst du irgendwas, keine Ahnung. Du bist ja ein Nerdling, da machst du dann so den Daniel. Für jeden, der den Daniel nicht kennt, der Daniel ist die Kirche in Nördling. Stimmt's, Louis? Ich sehe ja einen Daniel direkt aus meinem Fenster. Ne, ist die Kirche. Ja. Wie ist der Daniel zum Beispiel entstanden oder was hat es mit dem Donau-Ries-Kreis auf sich und so weiter und so weiter. Kannst du das so ein bisschen erklären? Du hast in deinem Podcast, wenn du dich anmeldest, hast du so eine Beschreibung und da kannst du den Podcast beschreiben. Also was kann der Hörer von dir erwarten? Da schreibst du einfach rein, ich will meine Sicht der Dinge erklären. Wie sehe ich denn die Welt oder was gibt es zu Nördling? Du kannst einen heimatbezogenen Podcast machen, du kannst dann auch sogar einmal dann zum Bürgermeister gehen vielleicht, ne, fragst ihn einfach über ein Interview, ob er denn mal Zeit und Lust hat, sich mit dir zu unterhalten, weil du halt Nördling interessiert bist, weil du auch aus Nördling kommst, wo du ihn einfach ein paar Fragen stellst, ne, kannst du auch machen. So, und so hast du auch schon eine gute Folge. Dann gehst du mal zum Bürgermeister oder klapperst die Läden ab. Warum sind sie in Nördling? Wie zufrieden sind sie in Nördling? Das kannst du ja ganz individuell gestalten. Du kannst deine Freunde mit reinnehmen. Ja, okay. Dann zur vorletzten Frage. Wenn ich einen Podcast angefangen habe und ich keine Lust mehr habe und ich trotzdem keine Lust mehr habe, mag ich jetzt zum Beispiel Influencer werden, wie lange muss ich den dann machen, dass ich da weiterkomme, also dass es nicht aufhört, also dass die Podcasts auch noch online bleiben. Also ein Podcast an sich ist ja, das nennt man jetzt so ein nachhaltiges Kommunikationsinstrument. Das heißt, wenn du eine Folge hochlädst, wenn ich jetzt unsere Folge hochlade, dann ist die Folge online. Die kann in drei Wochen, in fünf Wochen, in zehn Wochen, in 20 Wochen, in drei Jahren auch noch abgespielt werden. Wenn ich denn meinen Podcast nicht abschalte. So. Das heißt, du hast ja bei einem Podcast-Hoster einen Account. Wenn du den Account kündigst, dann ist das weg. Ja. So. Wenn du den nicht kündigst, dann ist das ja immer noch da. Wenn du keine Lust mehr hast nach eins, zwei Folgen, nützt es ja auch nichts, wenn du die Folgen noch drin lässt, weil passiert ja nichts. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe jetzt mit der Folge, die wir jetzt reintun, 52 Folgen online, da ist das schon was ganz anderes. Also du musst schon am Ball bleiben, damit du auch Hörer erreichst, weil du wirst nicht mit der ersten Folge oder mit der zweiten Folge ganz, ganz viele Hörer erreichen. Das wirst du nicht. Du brauchst diese Regelmäßigkeit und brauchst Folgen, damit du irgendwann mal Reichweite bekommst, weil das Ganze nennt man dann Mundpropaganda. Also du sagst zu deiner Mama, hör dir mal meinen Podcast an. So. Deine Mutter geht dann zu ihrer Freundin und sagt, hey, der Podcast von meinem Sohn ist cool. Hör dir den mal an. Dann hört die den an. Die erzählt es ihrem Kind. Das Kind hört sich an. Dann geht das Kind auf den Schulhof. Dann hören sie es auf einmal 15 Leute an. Die erzählen es dann ihren Freunden. Dann hören sie es auf einmal 30 Leute an und so weiter und so weiter. Und mit jeder neuen Folge kommen dann neue Hörer dazu. Und irgendwann hast du dann ganz, ganz viele Hörer. So läuft es. Okay. Und wie sehe ich das, wie viele Leute da dabei sind? Da gibt es dann Statistiken bei deinem Podcast-Host. Also ich kann auch in die Statistik immer gehen und gucke, wie viele Leute haben denn heute meinen Podcast angehört. Also nicht, welche Folge, das kann ich auch machen, also wie viele Hörer haben welche Folge angehört, aber wie viele Leute haben den Podcast denn überhaupt angehört, egal welche Folge. Und das siehst du dann in den Statistiken. Okay. Dann zur letzten Frage. Was passiert in diesem Jahr mit deinem Podcast? Mit meinem? Ja. Ja. Da kommt noch ziemlich viel. 2022. 2022. Also ich habe ja meinen Podcast ein bisschen gewandelt. Ich habe ja erst mal alleine geredet. Das werde ich auch wieder tun. Aber nicht nur, sondern ich habe auch diverse Gäste noch mit drin. Ich rede mit ganz vielen Unternehmen und frage die aus, A, wie war das letzte Jahr für Sie, also 2021? Was steht marketingtechnisch 2022 an? Wollen Sie sich vielleicht umpositionieren? Dann gibt es irgendwelche Marketing-Kampagnen. Wir reden über Logo-Veränderungen. Wir reden über, was braucht der Vertrieb vom Marketing? Was braucht Marketing vom Vertrieb? Was ist denn das neue digitale Marketing? Was kann man machen mit verschiedenen Marketing-Tools, Marketing-Automation und so weiter und so weiter. Da kommt noch relativ viel. Und wann kommt die Folge online? Welche? Die hier. Naja, habe ich ja am Anfang gesagt. Frohes neues Jahr. Also am 1. Januar. Ja. Da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Wenn die Folge hochgeladen ist, also wenn die Folge online ist, dann erstelle ich einen Post auf LinkedIn. Da kommt dann alles rein. Also da sage ich, mit wem ich gesprochen habe, also mit dir. Und dann geht das Ganze raus in die Welt und dann mal gucken, was passiert. Und das brauchst du aber auch, Luis. Du musst ja deinen Podcast bekannt machen. Es hilft ja nichts, wenn du einfach nur etwas sprichst und es hochlädst. Dann findet dich ja keiner. Das heißt, du musst diesen Link, den du hast, den Podcast-Link, je nachdem, wo du quasi hochgeladen bist, Amazon Music, Apple, Deezer, Spotify etc., musst du ja dann irgendwie verbreiten. Das kannst du machen über WhatsApp, kannst du deinen Freunden schicken, das kannst du machen über die WhatsApp-Story, das kannst du machen über, da musst du aber deine Mama vorher fragen, ob du das machen darfst, Instagram und so weiter. Aber ich würde erst mal vielleicht mit WhatsApp anfangen, dass deine Freunde das Ganze sich anhören und dass sich das dann so verbreitet, wenn du einen machen willst. Ja. Und frag auch erst mal deine Eltern, ob du dann auch den Podcast dann hochladen darfst. Nö? Ja. Weil du brauchst dafür ja auch Geld. Das heißt, du musst entweder dein Taschengeld opfern oder du musst deine Mama ganz lieb fragen. Und ich kenne ja deine Mama. Ist ja deine Schwester. Richtig. So, hast du noch irgendeine Frage? Nee, war die letzte, ne? Ja. Alles klar. Dann, Louis, danke, dass ich heute dein Gast sein durfte in meinem eigenen Podcast, auch mal ganz schön. Das war das Neujahrs-Special heute am 1. Januar 2022. Nächste Woche geht es dann weiter mit, wie schon erwähnt, spannenden Themen rund um die ganze Marketing-Welt. Werbung, Marketing, Social Media. Alles Mögliche erwartet euch dann 2022. Louis, danke schön. Danke. Und an meine Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank. Frohes neues Jahr. Und wir hören uns dann bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020